Und solange unsere Herzen steuern, wird das auch immer so sein, ein Hoch auf das Wort. Morgen seid ihr dran, indem ihr mit Freude an die Wahlurne geht und in diesem Land das Zeichen für eine Wende setzt. Und damit wir nach dem 1. September nicht nur ein tolles Wahlergebnis bejubeln können, sondern auch Politik in die Tat umsetzen können für mehr innere Sicherheit und für Remigration. Deutschland, Ost, Ost, Ostdeutschland, 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 der Osten sicherlich nicht. Weit und Welt und Vereinheit für das Deutschland. Liebe Freunde, der 1. September 2024 kann eine historische Zäsur bedeuten. Er kann dazu führen, dass das Kartellparteien-System der Bundesrepublik Deutschland implodiert und dass endlich etwas entsteht, was eine wirkliche Demokratie ist. Liebe Freunde, geht morgen zur Wahl! Ost, 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 Ostdeutschland!